uh... wie soll ich hier weiter springen aaaah so na ich hab hier jetzt Checkpoint So, gut, jetzt weiß ich auch nicht hier weiterspringen. Ich muss wieder zurück hierhin. Okay, das finde ich aber auch ziemlich... Ah, nee, das geht. Das ist aber nicht schwer. Da... Nee. Das... Ah, dahin, ne? Ja, okay. Dahin. Aber das ist... Das sieht aber auch unmöglich aus. Das ist echt... Das soll echt möglich sein. Okay. Hä? Aber okay, ich versuche hier es. Das ist ja völlig unmöglich. Puh. Wie soll man das denn schaffen? Bitteschön. Bitteschön, du. Das kann man doch gar nicht schaffen. Wie soll... Oder... Außer natürlich, wenn ich noch was anderes mache. Wenn ich den hier vielleicht nochmal verstelle... Aber das sieht genauso unmöglich aus. Ne, ich brauche schon die ganze Fläche hier. Oder soll man das gar nicht... Ne, entschuldige, muss man das von da schaffen. Oh, das ist Leitern. Oh, nee, ne? Hä? Ich hätte noch was anderes jetzt gedacht. Mit den Kakteen. Aber... Das geht ja nicht. Also das kann schon mal nicht sein. Aber da hoch komme ich auch nicht. Das ist völlig... Unmöglich. Ja, toll. Wo soll ich jetzt hinspringen? Erklär mir das mal bitte, einer. Oh, nein. 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 Oder? Das glaube ich nicht. Doch. Genau das muss ich machen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das kann ja noch lustig werden. Oh, ich weiß jetzt, wo ich hinjumpen muss. Es ist aber möglicher als alle anderen Ideen, die ich hatte. Und ich muss jetzt... ...da an diese Leitern springen. Genau an diese Leitern. Das heißt, ich muss da hinspringen, muss mich umdrehen, muss shiften. Also nicht schiffern, sondern ducken. Und dann muss ich da hochgehen auf die Plattform und von da aus dann weiterspringen. Ja, okay. Schwierigkeit 10. Ich verstehe langsam, warum. Oh, ich habe mich zu spät umgedreht. Das... Ja, das werde ich aber, glaube ich, noch schaffen. Oh, blöde Fledermäuse. Sterbt einem einfach alle an... ...Fledermaus Ritis. Keine Ahnung. Autsch. Das sieht wohl eigentlich ja ziemlich süß aus in Minecraft. Ui. So. Bitte. Oh, ich hatte es, glaube ich, fast. Boah, ist das scheiße knapp, immer. Jetzt würde ich es aber auf jeden Fall schaffen, irgendwie. Ich glaube, dass ich es immer fast habe. Und dann habe ich es aber... Ja, das ist scheiße jetzt, ne? Lachse selber, ne? So, hier auf die Plattform. Da hinspringen. Das machen. Da hinspringen. Anlauf nehmen und nicht schaffen. Das ist doch schwer, oder? Glaube ich jedenfalls. Ich muss mich so schnell umdrehen und so schnell dann mich ducken. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist verdammt schwer. Nicht ganz. Aber ich glaube, ich nähere mich meinem Ziel. Immer ein Stückchen für Stückchen. Nö, irgendwie auch, oder auch nicht. Kann auch sein. Also, keine Ahnung. Das ist schon ein sehr, sehr schwerer Jump. Muss ich jetzt mal sagen, einfach mal so. Oder vielleicht muss ich ja doch hier runterfallen. Ne, das glaube ich nicht. Muss ich vielleicht doch die Plattform bewegen. Ja, die Plattform hier, die Falltür. Und von da dran springen. Aber das glaube ich nicht. Obwohl, dann wäre ich ja höher. Aber ich glaube eher, dass ich das so schon machen muss, wie ich das jetzt machen will. Aber ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich bin ja nicht der Map-Besteller, ne? Hat die ja, ich glaube, der da war alles getestet, oder? Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, müsste er ja eigentlich, weil sonst würde er die Map-Besteller nicht einfach in den Suche schicken. Wenn er die nicht gibt. Oh, nee, du. Glaube ich nicht. Wenn ich das jetzt nicht geschafft habe. Hier kann ich auch nicht irgendwie, so wie in dem anderen Jump, man irgendwie was überspringen, oder so. Das geht nicht. So, hier. Oh, ja, dö, dö. Ich war da schon dran. Ich war da schon dran. Ich war da verdammt schon mal, nochmal schon, schon dran, du. Elendige, blöde, Mist, Jumpman-Kacke. Ich war da doch schon dran. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? So? Nee. Okay, 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 okay. So knapp, so knapp, so knapp. Das muss jetzt klappen, das muss jetzt klappen, einfach. Das muss jetzt klappen. Boah, nee. Nee, 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 gar, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, war der Jump, ganz schlecht war das von mir. Ganz schlecht war das, das war richtig schlecht, schlechter geht's gar nicht mehr. Nein, das war mehr als schlecht. Wie will ich jetzt nicht auch einfach verlieren? Aber jetzt kommt aber, du, ich häng schon wieder dran. Oh, ich häng da doch schon wieder dran. Nur irgendwie fliege ich dann davon weg. Oh, wie kann ich das nur machen, dass ich da die ganze Zeit dran hänge? Ja, das war mehr als blöd. Das war total super, mega, super blöd. Von mir gemacht. Wann hat das hier endlich mal sein Ende? Okay, bitte jetzt, bitte jetzt, bitte jetzt. Ah, okay, ich springe einfach nicht ab, ist natürlich auch sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt falsch ist, dass ich da anlaufnehme, aber sonst schaffe ich das ja gar nicht, also ob ich da sprinte. Sonst schafft man das ja eigentlich gar nicht, obwohl ich könnte natürlich auch mal ausprobieren, einen Sprint auf eine andere Taste legen, weil so, ich mach das nämlich immer noch mit Doppel-W, was vielleicht ein bisschen blöd ist, aber egal. Ich bin da irgendwie gewohnt, von Minecraft, meine Kräfte. Okay, wieder hier oben. Ne, ich muss auf jeden Fall sprinten. Sonst komm ich da gar nicht um die Ecke. Ey, wie krass das aber auch ist. Mein, lieber, ich... Keiner würde so einen Sprung jemals schaffen, von so weit weg und dann auch noch um den Turm rum und sich dann noch an der Leiter festhalten. Oh, ich... Boah, ich hänge da auch schon wieder dran. Was mache ich denn, was mache ich denn dann falsch, wenn ich da dran hänge? Was muss ich denn dann machen? Muss ich da irgendwie mich nochmal einlenken oder was? Muss ich mich nochmal so rumreißen, damit ich da nicht runterfalle oder was? Was ist mein Fehler? Jetzt, jetzt war ich schon fast auf der Leiter da. Okay, okay. Ich mache jetzt noch zwei, drei Versuche. Danach... Ja, muss ich. Das würde mir auch etwas erleichtern, leider. Ich kann nichts dran ändern. Die kriegen von Kakteen keinen Schaden. Die Fledermäuse, okay. Ach, Mist, nein. So. Alles kein Problem. Okay, noch zwei Versuche. Ich meine, jetzt komme ich immer noch an die Leiter dran, aber ich fall da immer runter. Warum auch nicht, ne? So, okay, nochmal. Okay, noch ein Versuch. Was ist denn jetzt so gut, wenn ich das jetzt einfach schaffen würde? So. Ja, hier wieder runter. Okay, noch ein Versuch, weil ich jetzt wieder so knapp dran war. Aber das ist dann auch wirklich der letzte Versuch, würde ich sagen. Danach reicht es mir auch, weil es wird wieder stehend, wütend. Und das will ja keiner erleben. Vielleicht habe ich es jetzt. Okay. Na. Step. Dude. Aber ich baue mir da nicht mal was hin. Ich bin jetzt einfach hier. Ups, ich habe es geschafft. Aber ich hätte das aber so gern geschafft. Boah. Wo hätte ich das jetzt hier nicht geschafft? Dann hätte ich es aber noch mal versucht. Okay, jetzt da hin. Das ist aber machbar, wenn man das machen könnte. Was? Was? Okay. Hä? Was? Was? Ich kann das nicht... Okay. Dann muss ich es... Wie kann ich es denn jetzt bewegen? So. Mal hier, so. Kann ich das jetzt? Ich komme da einfach nicht ran. Ich muss das echt im Jump machen. Okay, super. Ah, ich probiere es nochmal von hier oben. Den Jump hier. Muss ich es ja auch irgendwann mal schaffen. Ich hing schon wieder dran, okay. Aber das ist scheiße schwer. Okay, egal. Ich bin jetzt hier. Und ich müsste den Jump jetzt hier... Ähm. Das hat keiner gesehen. Ich bin immer noch nach wie vor hier oben. Und hab gerade gesagt, ich müsste den Jump schaffen. Ähm. Was ist da los? Ich müsste den Jump doch eigentlich... Warte, warte, warte. Ich müsste den Jump doch eigentlich... Schaff! Okay. Ich müsste den Jump doch eigentlich... Jetzt kommt es. Schaffen! Nein! Das habe ich schon ausgesprochen. Ich bin ja auch dämlich. Ich müsste den Jump hier eigentlich... Ja, passt doch, oder? Eigentlich schaffen! Oh, ich bin auch dumm und dämlich. Joooooo. Äh, natürlich war ja eigentlich ziemlich einfach... Jetzt schon wieder... Geschaffen! Okay. Ah, ich glaub, das ist so, aber besser. Ich... Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich bin einfach nur... So ein bisschen angepisst gerade. Oh, ich könnte den Jump hier nochmal von hier versuchen. Ja, ich will das jetzt hier schaffen. Na, dann auch nicht. Dann eben nicht. So, dann nochmal von hier. So, nee, nicht so, so. Ja, ich weiß, ich ändere jetzt laufend mein Game Mode, aber das ist mir jetzt auch egal. Müsste ich schaffen. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn ich das schon so eingestellt habe. Du, 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 blödestes Jump'n'Rod ever. Da oben ist auch noch alles kaputt. Bist du Jump'n'Rod hier eigentlich schaffst? Was ist, ich hab' wie... Na, okay, jetzt ist mir alles scheißegal. Wenn ich das noch nicht mal schaffe, dann, 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 dann bin ich blöd. Richtig blöd bin ich dann. Okay, jetzt mal im Game Mode. Uh, geschafft. Wow, viel schwer. Ey, aber wenn ich jetzt den Rest... Äh, ich brauch' gar nichts mehr hier zu sagen. Ich kann einfach direkt nach Hause gehen. Wenn ich jetzt den Rest nicht mehr ohne irgendwelche Game Modes oder so schaffe, dann... Pfff, okay. Ab jetzt zählt es. Wenn ich jetzt den, den nächsten, das... Äh, wenn ich jetzt das... Restliche Jump'n'Rod... ...